Damit sich Fußballfans in Zukunft nicht mehr zwischen dem Live-Erlebnis im Stadion und Hintergrundinformationen aus der TV-Berichterstattung wie Zweikampfquoten oder Torschussstatistiken entscheiden müssen, hat Vodafone gemeinsam mit der Deutschen Fußballliga eine Augmented Reality-App entwickelt, der das Beste aus beiden Welten vereint. Die Fußballer können dank 5G während des Spiels mit der EA-Funktionalität des Smartphones in Echtzeit verfolgt werden. Die App zeigt aktuelle Spielerdaten wie Geschwindigkeit, Laufleistung oder Passquoten an. Das ermöglicht das sogenannte Mobile Edge Computing. Neben mehreren 5G-Antennen ist im Stadion ein eigenes Rechenzentrum eingerichtet worden, sodass die Daten einen besonders kurzen Übertragungsweg haben. 5G steigert außerdem die Mobilfunkkapazitäten im Stadion um bis zu 60 Prozent. Bei durchschnittlich 43.000 Zuschauern pro Bundesligaspiel, die bis zu 500 GB an Daten durch das Netz schicken, ein entscheidender Vorteil der neuen Mobilfunktechnologie. Die niedrigen Latenzen von 5G läuten in Kombination mit Augmented und Virtual Reality eine neue Ära des Live-Events ein. Maximales Erleben durch digitale Features bei zuverlässig hoher Surfgeschwindigkeit und das nicht nur im Fußballstadion.